Musik Guck mal den Salz drauf. Vielleicht noch mehr Schildkröten, aber die haben so roten Augen. Das sieht so schön aus. Ich mag diese roten Augen. Und die hat auch rote Augen? Ja. Mach doch neue rein. So ein Ding habe ich auch. Aber das ist nicht mehr das Original. Das stimmt. Das ist eine Dose. Ja. Ja. Bisschen oben. Ja. 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 Das ist ein Uhrenbeweger. Der ist für mechanische Uhren. Die müssen immer in Bewegung bleiben, damit sie funktionieren. Achso, das wird bei einer Uhr eingebaut? Nein, das ist für Armanduhren. Du schmeißt die Uhren an, damit sie in Bewegung bleiben, damit sie funktionieren. Mechanische Armanduhren. Ja, ich weiß, warum aufziehen. Genau, teure Uhren werden da reingepackt und dann bewegen die sich immer. Und dann laden die sich damit auf, oder wie? Nein, das glaube ich nicht, aber das weiß ich nicht. Achso. Ich habe mal gesehen, habe ich das auch schon mal, aber ich konnte mir da nichts vorstellen. Was das für einen Sinn hat? Ja, das ist für mechanische Armbanduhren. Aber welchen Sinn hat es? Ich meinte, dass sie in Bewegung, ja, aber... Wenn die mal liegen, wenn die nicht bewegt werden, dann gehen die, glaube ich, kaputt, oder was? Ich weiß es nicht genau. Oder gehen sie nicht mehr genau, oder was? Das kann auch sein. Kann sein. Ja, ich weiß nicht, dass sie consentesten dazu führen können. Ja! Das ist wichtig. Wer hat die besten nochmal gehört? Nee, das nicht. Für mich. Für mich wird serious. Ich weiß nicht, dass Sie da lyingажу? Aber wenn es ? G zerfann ges funktioniert, ist es für Sie erhalten Offic Britain. Mit das detto ... Ja, die jetzt nicht war. Ja, auf jeden Fall. Ja, die jetzt nicht war. Hm, stimmt, diese in der Art, ne? Weiß ich auch noch, ja. Ja, das war einmal irgendwo gegen gebrumst und dann war ein Stück abgeworfen, dann steck ich nicht. Okay. Hier war es Fischer mit. Ja. Ja, das war nachher auch schon billig, billig, wie man auch so, hier sind, vom Dütof. Das ist ein Dütof, ja. Ja, nee, das ist Feuerzahnenbohle. Das ist Feuerzahnenbohle. Das kann sein. Und so ein Material habe ich ja auch noch von so viel Teufel. Kupfer. Ja. Also ich glaube, alles kann damit in diese Richtung. Aber es war ja wie viel. Ja. Hier ist die Gini. Ja, der ist. Der guckt schön durch und auf einen hat auch ein bisschen so, ein bisschen niedlich so. Ja. Der guckt schön durch und auf einen hat auch ein bisschen so, ein bisschen so, ein bisschen so. Das kann niemand anders kaufen. Mhm. Das ist mal eine Vase auch, was? Mhm. Guck mal, wie viele. Mhm. Die ist ja auch interessant. Ich muss ja mal aufpassen, wenn der Vater da ist. Ja, dann ist das. Das ist doch auch schon wieder weg. Mhm. Ich sag, was willst du damit? Du kannst anderen noch eine Freude machen. Okay. Aber auch Messing, die Zeit ist auch vorbei. Ja. Ja. Das gibt's noch mehr. Ja. Ja. Es gibt sogar eine Holznudel. Wie hört man dazu? Nudelholz. Nudelholz, ja. Holznudel. Du bist also eine Holznudel. Das ist ja kein Holznudel, ne? Deswegen musstest du ja auch anders reagieren. Das ist ja auch Keramik. Ein Teil. Schöner Nachtisch da hinten. Zwei Stück gibt's sogar. Ich habe ja Bekannte, der auf das Reaktor war. Der hat ja so ein altes, so hinter Glas, so mit Sanieren und so und alles. Das sind so kleine, ja, wie sagt man, da machst du nur kleine Sachen rein, so, so, Knippsachen, aus Holz und dann ein bisschen groß und dann oben noch eine Spinnung und so und da hast du gesagt, so, ich hab schon wieder so ein Ding, willst du das haben? Ja. Dann hab ich jetzt noch eins. Mhm. Und nachbauer die inneren Stiftung und umzüge. Ja. Ja, irgendwie so was. Das ist sein gut, ne? Oder das, ja. Ja. Wir sind von daher halt. Ja. Ich muss… Ja. Ich hab' ne. Ja, ich hab' auch nicht. Ja. Ich hab' auch nicht. Ich hab' auch nicht mehr. Ja, das sind zu viele Leute. Das ist Schirmstämme, wahr? Haben Sie eine Frage? Die Gemöbel schlecken die hier. Die Gemöbel schlecken die Gemöbel. 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 Das ist das Stück, aber wir sind nicht an dem Stück. Oder das war der Schamptocht vielleicht. Ich auch nicht. Mehr und schönere Sachen als in Grießburg, ne? Das ist das Stück. 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 Die kenne ich auch. Ich glaube, sie schießen. Aber so ähnliche hatte ich auch schon. Guck mal, das hatte ich auch mal in meinem Haus. So eine Spang, ja. Gummispangen, ne? Das sind so DDR-Lagern. Die haben an die Taschen gehangen, oder was? Irgendwas, ja. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Da haben sie wahrscheinlich die Lager alle leer gemacht. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so. Ich weiß es auch nicht mehr so, Wir sind gleich durch, glaube ich, und bald durch. Ich weiß nicht, was ich immer noch nicht? Wenn es nicht mehr noch mal ist, dann denkt immer, eckig hier. Oh, eine alte Waage, guck mal. Ich würde sie gerne verschwinden, ich würde sie eigentlich gar nicht dafür haben, aber nicht wegschmeißen. Ich will jetzt mal her. Guck mal, geh noch mal. Du hast eine Rotte. Du hast eine Rotte. Nein, du hast einen Rotte. Du hast einen Rotte. Du hast einen Rotte. Einen einfache Teller auch noch. Zin Teller? Ja. Guck mal, mit zwei Stück. Mhmm. Aber da geht's auch so. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.